Warte, 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 bevor du was sagst, ich hab mein Bart weggemacht und ich weiß, ich bin absolut hässlich. Ich weiß auch, dass ich aussehe wie Peter Griffin, Bros und Mönch in die Kommentare schreiben. Aber heute, meine lieben Damen und Herren, gibt es ein neues YouTube-Video. Und zwar haben wir live auf Twitch FindThePro aufgenommen. Ich glaub, nicht jeder von euch weiß, was das ist und wie das Ganze abläuft, deswegen erklär ich euch das Ganze mal ganz kurz. Und zwar wurden vier Custom-Games-Runden gehostet, wo jeder einzelne Gewinner von den Custom-Games-Runden ins Finale weitergekommen ist. Wo dann die vier Finalisten untereinander ein 1 gegen 1 gemacht haben. Weil noch als letztes übrig war, hat das Turnier gewonnen und hat von mir 1000 Debugs bekommen. Also falls ihr bei solchen Formaten gerne auch mal mitspielen möchtet, dann checkt doch einfach mein Twitch aus. Auf Twitch heißt ich SunXY und bin nicht so gut wie jeden Tag live und es würde mich riesig supporten. Ansonsten, falls ihr solche Art von Content nicht mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne auf diesem Kanal ein kostenloses Abo da. Denn ich bin zur Zeit komplett am Durchziehen. Und ich würd sagen, Peter Griffin hat zu viel gelabert. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Video. Mal schauen, vielleicht holt er ihn sogar. Oh, er holt ihn. Tee, mein Mod, er geht dead an Liam. Liam hat den besten Loot jetzt. Bleiben auf Liam drauf. Okay, wir sind in der ersten Moving Zone. Top 9. Luca sagt Hallo mit 200 Teuts. Wir brauchen Refresh. Anonym ist so gut wie dead. 100 Mets. Kein Blue Life. Und er ist dead in 3. 2. Was? Oh mein Gott, bitte. Deine Cousine will ich haben. Ron geht dead an Mayette. Top 5 Situation. Die Zone ist schon richtig klein. Hier ist ein Freakle für ihn. Er verhängt und geht dead. Putze geht dead. Liam wird auch dead gehen. Nein. Wenn Luca das gewinnt, Chad. Wenn mein Mod das gewinnt, dann ist das crazy. Aber ich glaube, Mayette gewinnt das auf Fallen Grund. Liam hat kein... Äh, Liam muss auf Fallen grubeln, glaube ich. Ja. Das war's für Liam. Liam dead. Liam dead. Und Mayette auf Fallen Grund. Top 3. Luca. Luca und Fabio. Die zwei Brüder einfach. Das sind Brüder. Zwillinge. Er holt sich Luca. Oh mein Gott. 1x1. Fabio ist dead. Und wir haben einen Gewinner-Chat. Mayette wird das zu 100% gewinnt. Fabio keine Mets mehr. 22hp. Er ist dead in 3. 2. 1. Wir haben einen Gewinner-Chat. Und der Gewinner ist Mayette. Erste Runde, ersten Finale. Ws in den Chat. Okay, wir haben einen Fight-Chat. Rizy Jache fighted. Gegen wen aber? Oh, ich hab'n die Box. Und ist dead. Gegen wen? CFG Noice mit 60hp. Er hat den ganz lucky noch geholt. Irgendwie. Ah, Quizy ist am Fight-Chat. AVT, Quizy. Der hat meine Ork ist. Quizy geht dead an Jerry. Quizy, was ist los mit dir, Bro? Er ist im Fight. 110 hat er ihn gehittet, haben wir gesehen. Kriegt ein 21er-Hit. Oh mein Gott, stark. Fluffy-Bot ist ja crazy, Chat. Oh mein Gott. Was passiert hier? Null Mets. Er ist 1-OP. Er holt ihn sich. Space get dead an Raycloth's TJ. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, er ist dead. Ja. Okay, Chat, wir sind wieder in der ersten Moving Zone. Top 11 noch am Leben. Warum hat Fabio Null Mets? Wie schafft der Typ es immer wieder Null Mets zu haben? Geh ins Haus, Fabio. Fabio. Oh mein Gott, er gibt ihm den Töne uns seines Lebens. Geh ins Haus. Münze, Fabio. Fabio get dead an seinen Bruder. Luca holt sich Fabio. Wieder die Zwillinge, Chat. Pell dich rein auf dem Leben. Top 6. Luca sagt Hallo auch noch am Leben, aber in der Zone. Ganz schön, Flapper. Es ist immer noch Top 6. Wie stackt ist das, Chat? Keiner stirbt. Crikes, U-O-Fall-Grund. Nico im Leben mit 8 Matt, 8 Bills. Er ist dead in 3, 2, 1. Hallo? Was passiert da unten? Top 3. Nico, Luca und Crikes. Gönn dir Schildfische, Luca. Matt geht. Luca, bitte Schild. Du hast Matt, bitte Schildfische, Luca. Na ja, das war's. Crikes gewinnt die nächste Runde. Crikes, U-O-Fall. Mit dem Wind Ws. Wir haben schon den zweiten Finalisten. Ichi ist der beste Chat. Er wartet auf die Cage. Da kommt 300 Mittel raus. Schlau. Ja, 180, Bro. Ja, er ist halt so gut. Liam, du musst aber spätestens im Finale gegen ihn fighten. Ja, er ist halt auch einfach zu gut. Great, aber kannst du nichts machen, Bro. Wenn ich einen Itchy keet, kannst du nichts machen. Der nächste wird gekillt von Itchy. Oh mein Gott. Oh, mal warte, mal warte, mal. Wie schnell? Er wird keet? Nein. Okay, Friends. Wir sind in der dritten Runde. Somit auch im dritten Endgame. Schau, was noch so abgeht. Nächstes Jahr auch noch am Leben. Na gut, Luca auch noch am Leben. Triker ist auf Highground. Ja. Fabio auf Highground mit 50 AP nur. Und 200 Metz. Er braucht unbedingt... Oh, er ist dead. Er braucht unbedingt ein Refresh. 100 Metz werden nicht reichen für ein Win. Neu ist auch noch am Leben. Mit 400 Metz. Pent Graal ist auch noch am Leben. Mit 100 Metz, das wird nix. Er braucht einen Kill. Er braucht einen Refresh. Pent Graal mit 0 Metz. Und ist dead. Ne, hinter ihm. Er ist dead. Triker holt sich ein Kill. Triker hält es mit sehr viel Metz. Gönnt sich ein BG. Luca auf Highground. Nix ist auch noch am Leben. Top 5 Situation. Die Zone ist schon richtig klein, Chat. Neu ist auch noch am Leben. Schau mal auf Nix, ey. 85er Hit. Macht er gut. Vor ihm. Er grabelt ihn an. 10er Hit. 100 Metz für Nix, ey. Er braucht einen Refresh. Er kann aber Heal-Off gewinnen. Er hat 3 Metz-Kits. Er spürt Highground runter. Ey, das ist so spannend, Chat. Das ist sowas von spannend. Triker auf Highground mit 50 AP. Die haben alle keine Metz. Null Metz für Luca. Luca holt sich ein. Luca hat wieder Metz und Metz-Kits. Luca dead. 1 AP. Und Nix hält sich Luca. Top 3 Situation. Krug macht Teal-Off in der Zone. Nix hält sich Triker. 1v1. Ja. Ich glaube, das Ding ist entschieden. Krug mit 30 AP hat jetzt noch Minis gefunden. Mit 6 Pills. Ja. Ne. Ich glaube, Nix, der gewinnt das. 1v1. Hat aber auch nicht viele Metz. Aber hat Metz-Kits und Biggies. Er muss die nur sprayen. Er hat gewonnen. Wenn der jetzt gespliffelt wird, was ist das? Nix, ey. Bitte nicht schauken. Er holt ihn sich. W's in den Chat. Sehr, sehr gut gespielt. Somit haben wir den dritten Finalisten. Nix, ey. W's. Sehr, sehr gut gespielt. Du bist im Finale. Wieder neue. Ey, Ichi. Nein. Ichi ist dead. An Krug. Oh mein Gott. Wo war der Hit? Er muss ihn jetzt skinnen. Jetzt musst du ihn monkeen, Bro. Jetzt musst du ihn monkeen. Stark. Oh mein Gott. So. Mirs. Touch geht dead. Ey. Fluffy ist ehrlich gut, Chat. Fluffy ist sowas von meinem Favorite gerade. Wir sind im vierten und somit auch im letzten Endgame, Chat. Ron wird gespliffed. Ron. Nein. Scheiße. Wir sind in der Top 7 und in der Moving Zone, Chat. Top 7, Chat. Fabio wird gesniped. Fabio wird gespliffed und Fabio ist dead. 20 HP jetzt. Ja, Bro. Fabio macht immer irgendwas falsch. Wie kann der 60 HP haben und keine Mets in der ersten Moving Zone? Wie funktioniert sowas? Null Mets jetzt. Liam Dawski geht dead. Liam Dawski auch nicht im Finale, Chat. Fabio veräumt den Schuss auch noch, Fabio. Ws. Quark ist auf Highground, aber hat auch nicht viel AP und auch nicht viele Mets. Fluffy Bot mit null Mets. Fluffy hat null Mets. Er muss eine Beere usen. Ja, er ist dead. Fabio holt sich Fluffy. Da liegt eine Münze, Fabio. Und hinter dir Stein, Stein, Stein. Er hat null Mets. Er hat null Mets. Er hat Highground. Top 4, Chat. Fabio ist dead an Rikes. Kranker Pound. Rikes ist in der Box. Holt sich auch noch Quark. Warte mal. Obi-Wan. Rikes gegen Impact. Und wir haben das Ding. Impact gewinnt. Zu 1 Mio. Weil er das verliert, ne? Ich zeig on-stream meinen Bauch. Mach keine Faxen. Bitte Impact. Du bist nervös. Ich weiß. Impact, du bist nervös. W's in den Chat für Impact. Wir haben somit unser vierten Finalisten und unser vierten Gewinner. Sehr, sehr gut gespielt, Bro. Ich los jetzt aus, ja? So, als erstes spielt... Nixay spielt gegen... Gegen Impact. Nixay gegen Impact und Keks gegen Mayette. So, YouTube. Wir sind auch schon im ersten Finale. Nixay gegen Impact. Das Ganze wird bis 2 gehen. Wer zuerst 2 Punkte hat, ist im großen Finale, würde ich sagen. Wir schauen Nixay zu, Chat. Sehr gute Mechanics. Oh, das gute Mechanics in Nixay. 130. Sehr starker Hit. Muss jetzt reinkommen. Impact ist, glaube ich, ein bisschen nervös, Chat. Boah, war das gut. Stark, Nixay. 1-0. Ja, das war's. Nixay spielt das zu gut. Nixay spielt das zu gut. Warte mal. Na, Moment. Null Metz. Nixay gewinnt das 2 zu 0. Nixay ist im großen Finale. Ist aus. Dein WLAN ist aus. Das heißt, was heißt das jetzt? Hier auf für YouTube dann. Und warum ich? Na, keine Ahnung. Ja, kein... Oder ja... Okay. Weil... Mal 1-0 mal jetzt, Junge. Oh mein Gott, ich bin low. Bro, meinst du das ernst, Chat? Ich hab veraimt. Nein! 1-0. Ich hab veraimt. Schade. Ja, ist gut. 1-1, ne? 1-1. Bis 3, bis 3. Dead. Ja, ich hab keine Metz. Ich geh halt einfach pushen, Chat. Ich will nicht eklig spielen. Ja, 2-2. Ohne Ping-Pong. Ohne Ping-Pong, Chat. Letzte Runde. Wer gewinnt? Wer hat gewonnen? Ey, scheiße. Okay, Chat. Wir haben einen Gewinner vom Turnier. Ich muss da mit spielen. Da einer nicht konnte, wegen seinem Wähler. Nixer ist der Gewinner vom Turnier. Er hat 1.000 V-Bucks gewonnen. Und das Turnier gewonnen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne positive Bewertungen da. Ich würde sagen, der Dicke verabschiedet sich. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Video.